Kinder lieben es, neue Dinge zu entdecken und sich neu zu erfinden. Bei der Forscherzeit Erdbeben und Vulkane gehen sie Naturphänomenen auf den Grund und beginnen den Tag mit einem spannenden Experiment. In der Ausstellung erkunden die Schüler gemeinsam die Welt der Erdbeben und Vulkane. In Gruppen entdecken sie faszinierende Exponate und halten ihre Ergebnisse fest. Kleine Aufgaben regen die Kinder an, sich mit der Thematik zu befassen und die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das Highlight der Ausstellung ist das Erdbebensofa, auf dem die Kinder hautnah erleben, wie sich ein Erdbeben anfühlt. Die Erfahrungen des Tages werden miteinander geteilt und Erkenntnisse zusammengefasst. Ein aufregender Tag im Universum Bremen geht zu Ende. Der Ausstellung ist das Erdbeben und Vulkane. Vielen Dank.